Ja, das ist wirklich einfach. Hast du viel trainiert für die Special Olympics? Ja, ja. Wie lang denn ungefähr? Letztes Jahr im Jahrstel. Sie sollen so weitermachen, sie sollen kämpfen. Wenn man sieht, dass die eigentlich sehr, sehr gute Leistungen bringen, das unterschätzt man. Und da soll erst einmal ein Normalbürger so fahren mit dem Snowboard, das ist gar nicht so einfach. Das bedeutet Integration für eine Menschengruppe, die eigentlich sonst oft isoliert ist. Und wenn man sieht, wie da die Freude herrscht und wie, wenn die durchkommen, jeder ist ein Sieger. Das ist ein ganz schönes Gefühl. Eine Medaille wäre schön. Das ist eigentlich mein Ziel. Eine Medaille.